Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen, zur nächsten Folge, Let's Play Star Wars, die komplette Zeit, ah Lego, und weiter geht es, im Text müssen wir es mal schauen, und weiter geht, ich glaube, ja, mit Darth Maul geht es weiter und wir starten in die Mission. Episode 1, die dunkle Bedrohung, Kapitel 6, Darth Maul, Anakin selber hat die Poison-Armee, der Hand zu lassen, schon verlichtet, aber für die Fische verlassen, kommt immer noch ein Verbilder-Kampf, Wagon-Chick und Obi-Wan Kenobi müssen sich noch einen Gegner stellen. Was, war schon? Oh, kurzer Text. Wo ist der? Ich kenne doch gar nicht, kurz darauf aus, kurze Texte, aber okay, kein Problem. Echt jetzt? Ich hätte mich nicht so gut gemacht. Auf geht euch. Zurück hier. Also Spaß. Verhaltet dein Müll. Ich denke mal, okay, da kannst du uns machen. Ups. Da hab ich's gesehen. Da war jetzt echt peinlich gerade. Ja, fliegt. Und lässt die Brücke für uns wieder runter. Also, okay. Hinterher, Leute, hinterher. Den reparieren wir mal wieder. Da. Aha. Und abwärts. Und jetzt geht's. Okay. Wo ist er oder da ist er? Okay. Ich hasse ich um Versagen. Ich hasse sowas hier. Huchu! Huchu! Schönen ruck! Uuuh! Ojejeje! Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, hier ist es auch genießen! Ja, sieht einfach dran, in die Steuung! ... hat überhaupt... Unpräzise, hier, wie ihr seht! auf die Schuhe. Was ist denn das für ein Puck? Du hast doch der Wuch bekommen. Ich habe da eine Schuhe. Der Puck, der Kotz der Wuch. Immer bei Gonchen, da kann man das sehen, wie es aussieht. Ah, Tatsache. Bei Gonchen kann man weiterspringen. Das Blöde ist, ne? Um zu... Fuck. Wenn man kommt und mir runterfliegt und so verpackt, da ist er Scheiben. Ich weiß nicht, wie wir alles hochheben müssen. Scheiße, sowas. Wenn ich das Puck dann nicht wieder runter. Okay, Gon. Ich gehe doch. Puh, die Funk ist auch nicht geschafft. Oh Gott. Ja, sieht ihr? Geiler Bug. Er springt zwar, aber er springt nicht richtig über. Das sind jetzt mal präzise Steuerung zu spielen. Und das Maul haut weiterhin ab. Heilige Sau. Äh, ernst jetzt? Ja. Und noch mehr. Ja. 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 Wenn ich die Wurzeln dann kann ich die Wurzeln Oh, wer die Fakten ist Kann ich die Wurzeln oder? Kann ich die Wurzeln? Ich versuche die Wurzeln Ich bin nur noch nicht die Wurzeln Oh, das ist der Bühne vor Ort, das ist der Bühne vor Ort. Ich gehe aufbauen, nicht Ich gehe aufbauen, ich Gehen Ich gehe aufbauen, ich gehe aufbauen Ich gehe auf die Wand So, aber wie kommen wir? Woa, ich gehe weiter. Entschuldigung, ich bin gerade nicht viel reden, aber ich bin gerade wieder konstruiert. Woher bin ich noch nicht schaffen, dass ich sicher bin? Woher bin ich noch da? Ich kann es nicht wieder hinbekommen. Was pares? Ich werde nur noch eine andere Person betrunken. ehrlich er hat jetzt ja klar Jaaa Ehh Nubish Ok Oh ey Was ist das am Back? Leute Äh So Geh doch Jetzt macht der runter Geil Das ist aber ein Huch auf Bezieht sich die Kunst hier ey So Mal rät's Da ist Maul Wir kommen Mal ran So 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 läuft der HC hier oder was? Die Rasse ist in der Versteck, mein Freund Auch nicht mit mir Wie sind die, die ist Das Maul So Look it Bam Hm 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 Juhu Äh Gut Ich weiß, wie tut sie hier Äh Heuh Was vattest das ist Fakt Oh Keiner Also hallo jetzt ouch ich komme jetzt ja kann er mich auswischen so jetzt oh upsala niedergestreckt bam los streck ihn wieder mein Lichtschwert das gibt krache das gibt krache und tschüss wir schworen und geschafft man eine ganze mission gebraucht das vorgebracht für eine mission krass egal doch halt nur ein äh Löffel aber die Sorge ist eh vorbei da passt es ja jetzt habe ich noch mal Episode 1 abgeschlossen 2 2 1 1 an an Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018